wenn die welt still steht bewegt sich alles tief in mir erzbeben gewitter in dem ich mich gern verliere erst nur die hand dann drehen sich köpfe und lässt du die welt passieren dann lohnt es sich im geist zu geist sich in der fantasie zu verlieren bewegung das ist reisen das ist flüssiges papier zerknittert wie die meisten und trotzdem stehe ich hier muss ich reisen muss ich bleiben reicht es mich zu reflektieren und plötzlich beginnt was totgeglaubt neues leben zu pulsieren so 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 so